sie dann alles zu Ende das gut ist kohlen und dann was zufrieden in der Schule wird so ist es nicht schon alleine von ihnen BZ ich habe auch nicht viel und ich bin mehr von den Zubis weggeraden hat alles andere und jetzt auch noch weiter aber warte 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 bevor da lang ist ich bin ja ich habe nämlich keine Ahnung bis ich habe hier auch noch Kohle ohne Ende weg Prozent Arte Prozent bei der KB es braucht nicht den Haar hat okay ich bin hier auch weiter erinnern kommen daher glaube ich habe mein Punkt er ist immer eine Focke reingelaufen ist gestorben mich hätte es müssen Töte Rüstung wo wo bist du neben dir alle hinterher werden er erhältlich jedem Kohl mit auch mit was nicht brauchen und mitnehmen über das sind immer gut für Schienen das ist eine Erlösung abeinander reisen reisen und immer mal gebrauchen mitnehmen jetzt auch wieder noch weiter hier hinten das ist ja auch nicht so wenn ich die Sohn war ich das nehme ich nehme mit mir einfach mal den Kies hier mit so guck ich noch mal was oben ist wir sagen dass wir dann auch die Import sitzen dann weiter machen wir werden es muss sich gehen dann alles wieder gerne einsortieren da haben wir neue Spitzer gebaut auf der ETC und dann wieder hier reingehen und dann müssen wir dann aufnehmen also die Städte halbe Stündchen alle geguckt was er immer noch Weg wo weitergeht ich weiß es nicht was soll ich bei den Kies weg gehabt ohne Ende und so putzen klar da oder da Prozent wenn ich jetzt noch was wo Daniel wäre dann mit vielleicht aber ich glaube ja ich habe noch mal und weitergeht aber auch okay aber noch nicht aber hier das war mal wieder doch gar nichts getan auch auch oh mein Gott muss es nie noch gefunden unsere Schluchte aber darum geht es irgendwo es ist heute bei dem ein Minen Eingang oder so wenn er nicht mehr in einer Stimme eigentlich kann man ja gut gut glücklich sein gehen wir erst ein bisschen zu schenzen der Worte dann wird nur da war das der könnte man auch her ich glaube es ist hier zu werden die Fassel schon ein bisschen sicher ja wo auch ich doch nicht ich war wir können von hier oben ja von hier oben kommen wir oder nicht immer wo man mal geht weiter an auf der andere Seite wenn er von Wort machen und dann auch frischen also Berg zu erwerben und so weit das ist eine andere Höhle hier sind noch das Bisschen da ist heute sagen wir haben den Höhleingang gefunden es ist Holzzeug ja, Miene, meinst du? Mieneingang mein ich ja wow! was hat mich da gehauen nicht nicht Baka, der war das Mama, war man überhaupt daneben ok Miene oder so, dann kommen wir mit dem Kurs back ähm, Sachen holen, dann komm ich gleich auch mit, komm hier hin, wenn der will nee da haben wir Haus am Bauern oder was? wie? ha, ja habe mich zu mir selber geportet hehehe die das war so oft gemacht haben um durch die pp kohle das sind zu lieben ob sie die an Aurel-Junger alt ich wurde gerade verhauen von einem hässlichen dann muss ich mich schnell beim Ruhigen zu ausbauen so richtig euch hat nachgegangen die Blödsinn wieder schönen darf zu sein ach und nicht immer zu raumt von ihr möchten KC alter ich hänge nur noch nach und die Zoller von den Gäste die Frauen wollen ja ich will hängen auch Prozent was praktisch wo praktisch in den Sinti ist er stein ich weiß es nicht er zum einen einen Ort . Machen wir mal Brennen mit ein bisschen Kopf gedreht. Du machst mal paar Kimmern kann. Stecks Kohle-Schein. Das glaube ich auch. Ja, in die Haus habe ich schon reingetanes Volk. So... Weh das Ding nicht. Aber rein. So, Holz, 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 Holz. Das investiere ich dann in die Gemeinschaft. Kürtel oder auch bei die Komo zwei Stück hoch was liegen wo ist Knochen brauchst du noch Knochen oder auch Knochen mehr wie der Zeug liegt nun kann ich gebrauchen und Knochen hier und ich den Parken auch drauf das war immer noch vor Ort ist gleich Gold erb und direkt zu deinem Volk erdmeid an Daniel das kann auch das sein Bochel-Leute-Fackel, ich mach mal ein guter Neue Bochel-Kobblestone und er hat mal ein neues Deck-Fackeln gemacht wow, warte, die Diamanten lasse ich aber ganz gekonnt in meinem Haus weil wenn ich hier sterbe, in der in der Höhle wieder dann, ne ja, dann aber ne, das sollte passen wenn wir schlafen wollen oder so, bescheiden, ne und jetzt können wir einmal, wir können eben einmal pen gehen und dann hauen ich und Daniel hier wieder ab aber ich mache mir schnell noch ein neues Spieltag und dann äh, noch mal eben eine neue Tierleute Schaufel und Verzorber dieses Wort Brüttemberg der Spieltag, aber so auch wie ich sterbe, lasse ich lieber ich hätte ich hätte sie sonst sein weil er Das ist ja eh nur ein Diamanten. Also ich lieg. Doch. Ich versuch mir auch nochmal eben hinzulegen, falls es nicht schon so spät ist.